Jumpe takes one, also so vorliegen takes one choppen. Oh mein Gott, wer da einer gesto- NANI? Weil ich jetzt einfach tot bin, was du eigentlich am besten film machen willst, mich mit dem schweren Angriff töten. Weil dann kannst du mich exekutieren. Okay, mein Heavy war so heftig, dass er den Server gekillt hat. Nice. Geiles Spiel, funktioniert gut. Oh no, das ist so schrecklich. Kann ich echt fortsetzen? Does this game have fucking Clouds save? This game has Clouds save! Ja! Ungo Bungalus is back! Oh mein Gott, mein alter Charakter existiert noch! Komm her, komm zu mir. Fuck to me. Yo! Hahaha! Das war kein so gutes Timing! Ähm, das sind drei! Oh, ne, meine Herr, meine Herr! Und jetzt die Gläser! Fuck this Whisky! Woah! Wie die Flaschen fliegen, guck mal! Ich weiß! Aschenbecher? Ne, der Aschenbecher ist zu stark! Aber, Alter, er hier mit seinem Milch-Lappuccino hier, ey, tschüss! Ah, der arme Rappuccino! Oh, ohne Ausdauer zu sein, mit einem Lobringhauten Parry zu kriegen, ist fucking sad! Oh, Boots! Das gucke ich mir nicht an, das ist nicht PG-13! Der muss ein bisschen höher! Ihr schiebt ihn weg von mir, ich kann nicht so weit runtergucken! Oh, okay! Fuckin! Ow! What?! Hast du mich gerade gekillt? Hab ich? Ja, du hast einen fucking Ego gekillt! I'm sorry! Schade! Hey, Shadow, wir sind immer ab! Geben wir weg vom Ding! Ich hab' den Sand verwenden! Oh! Oh, oh! I've got a sneeze! Znöse! There it was! Pfff! Oh! Oh! Gesundheit! Gesundheit! Danke! Okay, okay, okay! Shall we get started? Yes! Simp! Hier irgendwo... Ja! Ja, Simp! God fuck, bitch! Oh, god! I don't think so, I don't know! Oh, nein! That's the worst hand I've ever made! Okay! Stop twerking! Yes! And then you go for... Stop twerking! Stop twerking! Hahahaha! Hahahaha! Mach mal nix! 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 Das ist schwierig gesagt, wenn er mir auf den Kopf hauen will! Guck mal! Hupack! Wart nicht kaputt! Hahaha! Wot the fuck! Ah! Ich is nightkill! Hier kommt die Welle! Ja, hier kommt die Welle! Ja, hier kommt die Welle! Ja, hier kommt die Welle! Er ist noo, I mean! Noooo! Er ist noo, I mean! 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 Guck mal, ein paar Unschütze, die in diesem Spiel immer ausgleich existieren. Really? Watch me. Wo ist die Ballista? Gibt's hier nicht. Die gibt's gar nicht. Um Marker-Ply zitieren zu dürfen. I know how to walk your ballista. By the way, Shadow. Oh, deliver! Okay. Oh, deliver! Oh, deliver! Why is this a fake? Ja. Ich kann legitim Leute hier die Klippe runter befördern. Soll ich mal das Zauberstück zeigen? So. Hey, Macarena. Nice trash. Oh, oh. Oh, nein! Lass ihn immer auch nicht machen. Äh, übernehmen, ja. Ich glaube, mein Charakter wird im Vergleich zu deinen einfach komplett normal aussehen. Sehr wahrscheinlich, ja. Wenn du wüsstest, was ich erschaffen hab. Was sind meine Sonnenbrillen? Ja, hi. Hi. Ähm. Guten Tag, Star Platinum. Wie sehr kürzen. Star Platinum, super. Oh, 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 oh. Meine Wünste. Einmal kurz ein bisschen übers Gesicht pullen und ich kann mich selber sehen. Juhu! Jump it takes one, äh, also the full in it takes one shot. Oh, mein Gott, wer da einer gesto- Wiii! Aber wenn du halt sieben den Dippen schiffst. Ähm. Bist ihr gerade, wie froh ich bin, dass ich das aufnehme? Weil das, was hier gerade passiert ist, werdet ihr mir nicht glauben. this man fucking ascended. The best magic in the game, gun. Oh nein! Oh. Oh nein! Ohhhh. Oh, that looks wrong! Du hast einen Revolver erhalten. Ist sogar auf deutsch, nice. Oh, gut. Link findet eine Knarre. Kann jemand das gepostet? Lini wollte, dass wir folgen zeigen. Gib mir die Axt. Oh nein. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen... Du scheiß Baumfehler. Scheiße. Meine Interpretation. Ich spreche die alle ab. Ja, same. Mann mit Sandwich auf der Flucht vor einer Flutwelle. Oh no. Das sollte... Oh mein Gott, dann weiß ich welches das ist. Aber ich habe es versucht, so gut wie es geht. Andi! Meine Interpretation dafür war... Welle versucht, zum Wüchs zu stehen. Ja, ähm... About that. Das war so scheiße. Das war so scheiße. Die Welle will Käse klauen. Ich bin halb Kett und jemanden wieder an. Oh nein. Oh nein. Ich habe komplett... Damit musste ich arbeiten. Ich habe komplett meine Schwitze. Kaktusmann muss sich in einer Kiste vollstecken. Kaktusmann. Kaktusmann. Ich muss nicht, ich muss nicht. Denn hättest also jetzt Kaktusmann, das ist okay. Kaktusmann muss sich in einer Kiste vollstecken. Ihr müsst euch, guckt euch das Bild nochmal an und sagt mir, das hat nicht gekackt, was ist Kaktusmann. Aber nee. Im Endeffekt denke ich mir, ich hätte vielleicht irgendwo noch eine Kette einbauen sollen, aber... I mean, he looks like a fucking homeless person. Oh, ich kann nicht mehr. Homeless ist aus von einem Stachelschwein gefressen. Er sieht aus wie eine Kiwi. Ja, mein Vorschlag. Ein Schnitzel auf einem Hochhaus. Ach, damit muss ich also einfach anders arbeiten, ja? Cool. Oh nein. Wie? Ich muss da improvisieren. Suizid gefährdetes Wiener Schnitzel. Oh nein. I suppose. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Klocket auf der Flucht. Ich wollte es doch mal umschreiben auf dem Schick. Klocket auf der Flucht. Oh, Alter. Oh, Alter. Dieses depressierte Schnitzel. Ich bin richtig... Filibuster, ihr nütz! Stop plattin'em! Oh nein... Ich hasse es so sehr. Ich realisiere jetzt erst. Ich habe die Message voll falsch verstanden. Hold on. It's too late. No, it's not too late. I can't fix this. Can you? Yeah. Okay. Okay, I did it. Ich bin gespannt. Okay. I just needed... Ich musste nur das halbe Bild löschen. Oh Gott, das ist so krass. Oh boy. Ich weiß, Meuchler kriegen richtig wenig Punkte, wenn sie Assists und so kriegen. Oh Gott. Shadow Zinniere. On fire. Ich weiß, ob ich es auch damage an Allies, die Bombe. Oh nein. Aber nicht mal. This is my lord. Hallöchen. You want this, Bart? You sure you want that? No Omlet. No Omlet. Thank you. Thank you, oh Vice. Tree of the North. Tell me your wisdom. Have tree roots. Fuck you. That's a good wisdom. Let's start with my one. The giant enemy deck. Oh nein. Oh nein, von dir kam das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab's völlig gestellt. Oktopus Panzer Einheit. Oh, so gut. So that's what. Oh no. das ist auch das wo ich stolz drauf war das war so okay aus am ende ich war auch stolz drauf was das hier gemacht haben ein enemy octopus tank attack ok topos panzer terror anschlag ich habe den da gemacht hier der da ist ein rassist ist ein afd-wähler aber ich muss sagen online funktioniert erstaunlich gut ich glaube das spiel ist bei mir gecrasht die cutscene läuft noch ich höre sie noch aber alles was ich sehe ist dass sie traurig guckt den hier gönne ich mir die waffe heißt badisch badisch das klingt so als wenn ich ein usb-gerät aus meinem pc rausnehme badisch a cowboy with a big iron on his hip je haf je haf kauf der sich mit seiner großen knarre unwohl fühlen kauf bei mit sein big iron on his hip mit pistole warum hat es eine pistole trauriger burger Das war mein erstes Ding. So, I thought I'd make it simple. Er weint sogar Ketchup. Das macht, das hat gar Sinn für mich. Hamburg er weint, weil der Käse fehlt. Scheiße, Käse, richtig, das habe ich vergessen. Ich bin ein bisschen... Das ist wirklich gut. Hamburger, der gerne ein Ski-Burger sein würde. Großer Burger-Bruder, wo liebt kleinen Burger-Bruder? Oh nein! Oh nein! Ich finde das für alles für Tasty Burger hier. Großer Hamburger lacht kleinen Hamburger aus. Das Finale-Meisterwerk. Alter, I am uncomfortable with this. Whenever I started, this became Burger-Bullying. Alter, Buletten-Bullies. Die schubst ich runter. Du grätst da jetzt nicht die... Dann schmeiße ich dich halt runter. Hörst du auf, mich zu ignorieren? Die ignoriert mich. Die schmeiße ich die Klippe runter. Tschüss. Das wird durchstecken. Genau. Tschüss. Ich bin mir aus dem Weg gegangen, das ist gegen mich geschnallt. Ich hab da schon fünf Leute in dieser Runde runtergeschmissen. Tschüss. Wünsche ich mir auf der Arbeit auch manchmal. Ich glaub, mir ist das Spiel schon wieder gecrashed. Keine Rückmeldung. Nichts muss mehr erlaufen. Gassi mir... Oh, das sind's rough. Ich feier den Screenshot, den ich hab. Du hast... Du hast diesen einen Alien im Head scissors und ich versuch, den anderen auf den Arsch zu gucken. Ja, jetzt... Jetzt ist es tot. Es ist tot. Schluck auf. Wir haben es jetzt zweimal hintereinander nicht über das Tutorial geschafft. Ich wollte, dass wir die Pancakes essen. Was ist die Pancakes? Ich wollte, dass wir die Pancakes essen essen können. Fuck them. Fuck blueberries. Ich pute sie in everything. Ich bin nur ein Minion. Ich bin nur ein Minion mit einem Rocket Launcher. Was ist das? Ist das ein Butternut Squatch? Ich bin mir so weit. Okay, guys. First of all... Car. Oh, dear God, das... Oh, das ist sogar eine Person drin, das Scheiße. Okay, das ist dann das, was er als Butternut Squatch betitelt. I mean, yeah, it's still a car. But why is there a smiley on the front? This is what fucked me up, yes. And then I made this. Also, der erste Elko genau. And then I made this. This is the animation. Oh my God, I would say this is high velocity crash. Ja, weißt du, weißt du, wie high velocity das ist? Alter, das Ding fängt an zu... So high velocity ist das? Nee, nee, that is frosting motion. Die frosting ist so hart, dass das Auto während der Fahrt seine Farbe ändert. Ich weiß nicht, wo ich hinfliege. Überfahre mich! Oh, der ist ja. Weeeeee! Oh. Äh! I'll find you, bitch! Oh, flip! Yeah, du er flip! Oh, hell yeah! Oh, nein! Oh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Fuck me! Fuck me! Ja! Auto getroffen! Ja! Nein, ich bin in die Ecke von einem Raum gedonnert worden. Ich bin irgendwo! Boah, Straßenschild! Ja, die, äh, sind wir dabei. Yes! Alter, ich, ich cartwheel einfach quer durch die Existence. Und dann war ich weg. Betrug, gescheitert, was? Was? Wo hab ich wieder getrennt, was? Hä? Ach, von dir kam der Akiro-looking motherfucker. Oh, das tut mir so leid. Und ich hab den so gebutschert. Ouuuui. 20% Mosmuck. Okay, Elko made this. Ich glaub, den hab ich dann ge... Ja, den hab ich dann. Und dann I said to myself, ja, I'm giving a laser. Und ich, I thought, okay, let's capitalize on this laser shit. More laser. I mean, this is supposed... Bra. Alte! Das sieht so leid aus, what the fuck? Das ist not her bad. Boi! Und jetzt war seine Nase schon im Winter, aber ja. Ist das gut? Stimmt, seine Nase verschwindet einfach. Ja. Und ich wachsen mehr Augenbrauen. Wenn's langsamer wäre, so... Hey, Gott. Bra! Nein, block ich! Oh, I eat my dick, eat my chode. Fuck, back point here. Nice. Ich habe zu escape, but I couldn't. My aim is true. Wie mein Qsy einfach gedacht hat, so, dem folge ich. Willst du einen Witz kämpfen? Der füllt Kämpfen, der hat gekämpft. Der Spartaner. Guck mal, ich hab sie gefunden. Sie ist tot. Okay, so, um, I made Among Us. Among Us. Oh nein, von dir kann der Among Us. Among Us. Among Us. Is there something funny about your name? Um, whoa. Amogus. Why did you give Amogus a fucking rocket? That's not a rocket, that's this fucking spike. Oh no. I got to the spread of that fight! A knife is the same idea, I think. It stabs. Eh? Oh no. Alter. It looks like some alien shit. Alter. Also sowas können wir wieder, oder? Das sieht so fucking aus. Fucking what the fuck. I mean, this is like these heroes stabbing. Das sieht aus, als würde ich mit der Garment abstichen. Ja. Ja. Wonderful. Bist du da drinne? Ja. Ja. Okay, wanna, wanna try that again? Hell yeah. Niam. Bleh. Did the game crash fucking again? Aber ich muss sagen, online funktioniert erstaunlich gut. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein.